Hey Leute, willkommen zurück zu Uncharted 4 und wir sind unter dem Meer in Malaysia. Ich will schon wieder singen, aber ich lasse es mal lieber. Unter dem Meer, unter dem Meer, das war gelogen, okay. Ich habe hier einen Schatz gefunden, den wollte ich euch jetzt nicht unterschlagen, ein antikes Kettenschloss. Und ja, das war jetzt nicht mehr da, weil ich habe den Kontrollpunkt nochmal neu geladen. Auf jeden Fall ist es fantastisch, wie abwechslungsreich das Spiel bisher ist, finde ich. Zuerst waren wir ja auf dem Meer, also, naja, auf dem Meer. Dann waren wir in Drakes Vergangenheit, danach in Panama im Knast und nun sind wir hier. Und es hat so eine gewisse Grundströmung, merke ich gerade, man wird weggetrieben. Ach, ist das nicht herrlich. Ich finde es wunderschön, dieses Spiel. Es ist, ja, es ist nicht umsonst. Beziehungsweise ich muss, oh, da vorne blinkt was. Ich muss dem zustimmen, es ist bisher wirklich so die grafische Referenz für die Playstation 4. Ich habe noch kein schöneres Spiel gesehen und Naughty Dog hat es halt drauf, Mensch. Was ist das denn? Ein Fisch. Ich habe ihn gesehen. Ein Chiriku-Schmuckstück, ein Hai. Sehr gut, was man nicht alles so findet hier auf dem Meeresgrund. Wobei, so tief unten sind wir gar nicht, ne? Ein paar Meter. Ah, ist das herrlich. Ich muss hier, warte mal. Wow, seht mal die Strömung. Wie es da, eben reißt es schon ganz schön, ne? Da ist wieder was. Was ist das denn? Ein Tauchhahnzug? Hey, ich habe hier was. Was denn? Kein Rost, richtige Farbe. Vielleicht ist es an den Felsen zerschellt und... Hey, du noch schönst. Sorry. Sieht aus wie ein Stück unseres Wachs. Du musst in der Nähe sein. Du machst mich neugierig, Ray. Über so was. Okay. Ich würde gerne mal wissen, auf was das hier hinausläuft. Oh Gott, oh Gott, die Strömung. Es ist ja alles noch sehr... Man weiß noch gar nicht, um was es geht, oder? Oh, was haben wir denn da? Ah, da ist er ja. Ich habe ihn. Okay, wie sieht er aus? Mitgenommen, aber intakt. Ein Waggon? Wie ist denn der hierher gekommen? Die Achsen sehen gut aus. Benutzen wir sie, um das Denk anzuheben. Klingt nach einem Plan. Alles klar. Da geht es noch rein. Seht mal. Da ist ja gar nichts drin, oder? Ich kann nichts erkennen, auf jeden Fall. Ja, unter Wasser ist das alles noch ein bisschen schwieriger. Mit der ganzen Trägheit und so weiter. Morgen, Leute. Okay, bin los. Sieht aus, als sei der Großteil noch festgeschnallt. Es geht nur um diesen Container hier, um diese Fracht, ja? Was ist das denn? Eins, zwei, drei. Nach meiner Rechnung fehlen uns zwei Kisten. Ich werde sie suchen. Okay, da ist schon mal eine. Komm schon. Ja, der Sauerstoff würde mir ehrlich gesagt ein bisschen zu denken geben, Nate. Oh, da ist die nächste Kiste vielleicht. Oh, da ist sie ja schon. Warte mal, aber... Vielleicht ist hier noch irgendwo ein Schatz. Ich bin ja immer ein bisschen hinterher, die Schätze zu sammeln, auch wenn ich beim ersten Mal nie alle finde. Aber das ist ja auch okay. Dafür spielt man es öfter durch. Und das werde ich. Definitiv. Ich glaube, ich habe bis jetzt die... Du bist wahrscheinlich näher beim Anhänger. Ja, ja. Ich habe bis jetzt jeden Teil ungefähr drei bis vier Mal durchgespielt. Weil es einfach nur Spaß macht. Nicht die Ballereien, sondern die Charaktere machen Spaß. Da war es nur noch eine. Sichere sie im Anhänger. Wir sind schon fast bei dir. Okay, bis gleich. Ich finde das super, Leute. Die Charaktere machen mir so sehr Spaß. Das ist wie... Als wenn man zum Beispiel einen Indiana Jones mehrmals guckt. Ich finde die Filme super. Und ebenso auch die Spiele hier. Eine Kiste gesichert. Gutes Timing. Wir sind direkt über dir. Wir lassen das Seil runter. Alles klar. Ja. Was hat er denn? Sehr schön. Oh, das ist immer ein großes Boot, was ihr da habt. Okay, ist in der Position. Hängt den Anhänger dran. Heben ihn ein Stück an. Okay, hab das Seil. Ich versuche es, um eine der Achsen zu schlägen. Das sollte gehen. Yep. Ja. Oh, dich festhängen, Nate. Komm. Okay, eins hab ich. Gut, achte auf deinen Sauerstoff. Ja, ja. Das passt schon. Das passt schon. Das gehört. Komm mir grad ein bisschen vor wie bei Star Wars. Aber nur ein bisschen. Und das zweite. Okay, Anhänger gesichert. Los geht's. Okay. Mach Platz. Wir heben ihn an. Oh, ich darf nicht die Kiste vergessen. Ich bin so weit. Und hoch damit. Ganz vorsichtig, Jungs. Ich weiß, man sollte da nicht runterschwimmen. Weißt das? Ja, locker. Lass ihn nur nicht fallen. Wir werden sehen. Okay. Ich hab die andere Kiste. Ich mache sie mit den anderen fest. Oh, Nate. Ich glaub, der Sauerstoff... Es verschwimmt manchmal so ein bisschen. Vielleicht hat er schon Sauerstoffmangel. Kohlenmonoxidvergiftungen sind nicht lustig. Geht doch. Und fest zu runten. Sehr gut. Das sieht doch fantastisch aus. Oh, kacke. Komm, Nate. Raus hier. Jetzt aber flott. Mensch. Fertig. Die Ladung ist komplett und erfasst. Ich hab noch Sauerstoff. Höf 5 Mino. Oh, Mann. Hey, dann bleib doch noch ein bisschen unten. Vielleicht findest du noch ein paar andere Schätze. Nein, danke. Willst du mit? Gerne doch. Ich will aber... Sag, du bist am Seil hängst. Ich will aber mitkommen. Also, ich will noch ein bisschen unten bleiben, meine ich. Okay, ich bin bereit. Hol mich hier raus. Wird gemacht. Und aufwärts. Boah, ist das cool. Ich liebe es, unter Wasser zu sein. Ich würde so gerne mal tauchen gehen. Was für eine Schönheit. Wie geht's dir? Oh, besser, seit ich aus dem Fluss raus bin. Ich werde wohl eine Woche dann Fisch nehmen. Okay. Wir kommen zu dir. Warte. Ich warte. Was geht so, Jungs? Ich hätte nicht gedacht, dass wir hier mitten in der Stadt sind. Cool. Schön, dich wiederzusehen, Drake. Ja, ich freue mich auch. Wirf die Ausrüstung her. Bitte schön. Danke. Der Tank ist echt leicht. Naja, ist ja auch nicht viel drin, oder? Was ist denn diesen Kisten, sag mal? Das würde mich mal wirklich interessieren. Wie gesagt, ich weiß noch nicht so ganz, um was es geht. Ach, du bist Jameson, ja? Oh. Ich will erst mal gucken hier. Schade. Ich habe jetzt mit einem Schatz gerechnet, aber hier ist auch nichts mehr. Hey, Jameson. Alles gut? Cooler Bart übrigens. Hey, lass doch nächstes Mal jemand anderem vor. Du brauchst eine Pause. Nein, nein, danke. Tauchen ist mir immer noch lieber, als im Büro zu sitzen. Ja. Na gut. Es wird aber etwas dauern, bis wir wieder tauchen. Was ist mit dem Job am Donnerstag? Ach, Mann, nein. Wurde unterboten. Das kann doch nicht wahr sein. Hey, die Konkurrenz schläft nicht. Na, dann sehen wir mal nach. Oh, ich bin auch sehr gespannt, du. Wärst du dann so frei? Ach, ich darf. Na gut, gerne. Ja, klar. Danke. Wow. Sieh dir das an. Das ist Kupfer. Tja, du wärst überrascht, wie viel das Zeug wert ist. Der Kunde zahlt gutes Geld für den ganzen Kram. Willst du es nicht lieber zu Pennys einschmelzen? Na komm, gehen wir feiern. Die erste Runde zahle ich. Mit euch um die Häuser ziehen? Nein, nein, nein. Nicht ohne Gefahrenzulage. Wenn es euch nichts ausmacht, erledige ich schnell den Papierkram und zische ab nach Hause. Ein andermal gern. Okay, wie du willst. Hey, gute Arbeit heute. Danke. Kupfer. Das dachte ich mir jetzt aber auch. Der große Nathan Drake fischt nicht nach Kupfer, sondern nach Schätzen. Hey, hey, Nate. Nate, warte mal. Hey, was machst du denn hier? Äh, ich hab ein Geschenk für dich. Geschenk? Was ist das? Ich hab Nachricht von meinem Kontakt über dieses Wrack vor der Küste von Malaysia. Oh nein. Das Schiff ist intakt. Ja? Die Fracht wartet nur auf uns. Du lässt nicht locker, das muss man dir lassen. Das Geld für die Ausrüstung ist auch gesichert. Wir sind startbereit. Bis auf meinen besten Mann. Der Mann, dem ich vertraue, der Einzige, er, er hat kalte Füße. Meine Füße waren noch nie warm. Sag mal dieser Kontakt von dir. Hat er die Genehmigung? Nein, er hat sie nicht. Okay, niemand hat eine verdammte Genehmigung. Natürlich. Aber Nate, das ist doch zu unserem Vorteil. Keine Genehmigung heißt keine Konkurrenz. Das Schiff gehört nur uns. Keine Genehmigung heißt keine Bergung. Nate. Mit dem Geld hätten wir ausgesucht. Und zwar wir beide. Okay, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich will nicht noch mit 60 Bergungen machen. Du etwa? Besser als Gefängnis. Hm. Hör zu, ich muss ablehnen. Und das solltest du auch tun. Pass auf, nimm es einfach mit. Mir zuliebe, okay? Ich hindere meine Meinung nicht. Schadet ja nicht, drüber zu schlafen, oder? Grüß Carla und die Kinder von mir, okay? Machen. Kein Druck, Nate. Aber denk drüber nach. Hier hast du echt gute Arbeit gelastet. Hat das Suchgebiet eingegrenzt? Das wäre ein Wahnsinnsfund. Ja, Nate. Ich glaube, du wirst auch ein bisschen ungeduldig, wenn du das siehst. Wäre ich auch, aber... Knast. Wir wissen ja, wie es da sein kann. Nee, lass mal. Knast ist keine schöne Option, glaube ich. Ein normales Leben. Und ein langweiliges Leben. Das passt nicht zu Nate. Der muss Abenteuer erleben. Die Welt sehen. Ich habe mal deinen großen Bruder bestiegen. Oh, stimmt. Das war auch im zweiten Teil. Das fand ich ja sehr geil mit Shangri-La. Das hat wirklich Spaß gemacht. Ja. Eines der seltsameren Dinge, die ich gesammelt habe. Ja. Ein Schädel. Wir haben eine Menge seltsamer Dinge gesammelt. Oh, ist das der Ring? Nein. Spanische Dublone aus einem deutschen U-Boot. Mitten im Dschungel. Wer hätte das gedacht? Ah, das war aus Teil 1, wisst ihr noch? Sehr geil. Oh, Leute, wenn ich daran zurückdenke. Sir Francis Drake, das ist das Tagebuch. Sir Francis Drake opfert sich für Sally. Oh, da steht sie auch in Deutsch. Das habe ich auf meiner alten Kamera gefunden. Ich dachte, du würdest das gerne haben. Elena. Oh, die liebe Elena. Schade, dass es mit den beiden nicht zu klappen scheint. Ich meine, am Ende haben sie sich ja verlobt von Teil 3. Mehr oder weniger. Er hat einen Ring für sie gehabt. Aber, naja, das ist wohl... Wahrscheinlich der Lebensstil der beiden passt nicht so ganz zueinander. Für dieses Zeug sind so viele Männer gestorben. Ach, das ist das Harz aus Shangri-La. Ja, dieses Baumharz, das... viele Kräfte verleiht und auch endloses Leben, aber leider ein bisschen wahnsinnig macht. Shambhala. Ja. Habe ich Shangri-La gesagt? Ich meine Shambhala natürlich. Fehlst mir, Kumpel. Ach, Tenzin, guck mal. Ja, Nate und Tenzin. Awww. Ja, das war ein netter Kerl. Den haben wir zwar nicht verstanden, aber er war nett. Doch, doch. Ach, Leute. Ich werde so ein bisschen schwermütig. Aber andererseits, ich könnte es ja auch jederzeit nochmal spielen, die Spiele. Was ich wohl auch tun werde, wenn ich das hier durch habe. Ich kenne mich doch. Herr Francis und seine raffinierten Rätsel. Ah, das war aus Teil 3 übrigens. Da musste man den Ring in der Mitte einsetzen. Und das war dann so ein Dechiffriergerät. Ah, sehr geil, Leute. Das ist so cool. Die ganze Zeit hier auf den Pfaden der Vergangenheit zu wandeln. Ich habe gerade richtig Spaß. Was? Was haben wir denn hier? CM. Was? Warum dürfen wir das nicht sehen? Ist das von Sam, oder? Danke für nichts, Dismas. Ah, Dismas. Ja, ist kein Kruzifix. Faktis. Recip. Imis. Imus. Faktis. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht mehr, was das heißt, ehrlich gesagt. Es ist schon ein paar Tage her. Naja. Die Fakten werden uns ans Ziel... Oder irgend sowas. Ich will mal schauen, ob ich nichts vergessen habe. Wie lange ist das jetzt? Ist schon ein paar Jahre her mit seinem Bruder. Andererseits, ich glaube halt nicht daran, dass Sam schon tot ist. Wahrscheinlich. Es ist natürlich immer noch die Möglichkeit, dass Sam doch tot ist. Und wir erleben dann nur so Ausschnitte aus der Vergangenheit. Aber ich glaube nicht dran. Hat er da eine Spielzeugpistole? Wow. Ich bin ein Zingelt. Schwarze. Okay. Lass dich nicht überrumpeln, Nate. Nimm das. Dann weitergehen. Ich sag ja, er vermisst das alles so ein bisschen, ne? Friss Plastik. Ab dich. Welch ist lustig? So, das war's, oder? Wir haben alle erwischt. Wer fehlt noch? Oh. Ja, bin gleich da. Oh. Okay, dann nehme ich alles zurück. Es hat wohl doch geklappt mit Elena. Ach, ist das schön. Schluss mit den Spielchen. Wirklich? Die wohnen jetzt zusammen. Ach, das wäre super, Leute. Ich fände es echt toll, wenn die beiden es doch irgendwie hingekriegt haben, ihre Beziehung. Oh, ihr seht ja aus wie Sau, du. Guck mal. Ich glaube, ihr seid nicht sehr ordentlich, ihr beiden. Oh nein. Sind sie nicht. Guck mal. Ja, der Spielplatz ist auch ganz schön wüst. Ach, wie schön. Guck mal, die haben wirklich geheiratet. Ach, das ist ja... Und Sully ist der Trauzeuge. Ach, wie toll, Leute. So hätte ich mir das Ende gewünscht vom dritten Teil, ehrlich gesagt. Aber... Nun gut, dass jetzt noch ein vierter Teil gekommen ist. Darüber will ich mich natürlich auch nicht beschweren. Ach, ist das toll. Schön. Das freut mich wirklich. Ich mag die beiden sehr gerne. Es sind virtuelle Figuren, aber die werden so sympathisch präsentiert. Das ist einfach... Ist einfach schön. Hm. Nein, die sind wirklich nicht so sehr ordentlich, die beiden. Aber ich meine... Ist eigentlich okay. So schlimm sieht es auch nicht aus hier. Oh. Wir müssen wirklich mal wieder Urlaub machen. Ein schönes Bild. Echt. Oh. Zu lange her. Das war's schon. Ach, na ja. Ich find's toll. Die haben wahrscheinlich viel erlebt, die beiden. Oh, darin arbeitest du gerade. Ach, genau. Abenteuern abseits des Touristenrummels. Besuchen Sie den großen Palast des Lak-Muang-Schrein auf der historischen Ratanacosin-Insel. Entdecken und probieren Sie die Waren des Chattumag-Markts. Finden Sie heraus, wo man am besten etwas trinkt, ein Tuk-Tuk herbeiwinkt und anschließend übernachtet. Vollgepackt mit Ortskenntnissen können Sie mit diesem Reiseführer das Beste aus Ihrer Reise machen. Ach, ist das schön. Bangkok-Reiseführer. Schön. Ach du. Find ich nett. Find ich sehr nett. So, aber Leute, bevor ich jetzt die Spannung noch weiter auf die Spitze treibe, wie es denn aussieht mit Elena, mache ich hier Pause. Ich danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns wieder zum nächsten Part von Uncharted 4. Bis dann.